Dieser Ford S-Max mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Wynn Platz. Der Wynn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 163 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Munich Bester Bis zum nächsten Mal.